Wir sind uns gerade bei der Berufsfeuerwehr in Nürnberg. Wir stehen hier vor dem Einsatzfahrzeug. Vor mir steht der Herr Kottoschek von der Firma Wessardock. Herr Kottoschek, was machen wir hier gerade? Ja, wir sind hier gerade dabei, einen Falltest durchzuführen. Und zwar werden wir unseren neuen Easy Rescue testen. Was ist der Easy Rescue? Der Easy Rescue ist ein Rettungssender, der auf der Schwimmweste befestigt wird. Und dieser Rettungssender muss nach einer internationalen Maritimnorm getestet werden. Und was wird jetzt hier genau getestet? In diesem Fall müssen wir dieses Gerät aus 20 Meter Wasserhöhe in einen Wasserbehälter schmeißen. Dieser Wasserbehälter simuliert die Wasseroberfläche. Und das Gerät muss diesen Sturz aus 20 Meter Höhe klaglos überstehen. Ja, dann sind wir sehr gespannt auf das Ergebnis und starten dann den Test. Vielen Dank. Danke auch. Viel Spaß. Digitale Anzeige der Höhe über Grund. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020